Ich bin der Matthias, ich studiere Pflege an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg und heute zeigen wir euch unser Skills Lab. Das Besondere am Skills Lab ist, dass man hier den zukünftigen Pflegespezialisten schon bestimmte Fertigkeiten antrainieren kann. Also Sachen, die häufig im Pflegealltag vorkommen, aber natürlich auch eher Sachen, die eher seltener vorkommen. Dafür haben wir hier verschiedene Settings vorbereitet. Einmal können wir hier eine Intensivstation abbilden, aber natürlich auch den normalen Krankenhausalltag oder zum Beispiel ein Setting in der häuslichen Pflege. Wir üben hier nicht nur an irgendwelchen Dummy-Geräten, sondern das hier sind waschechte, richtige Geräte, wie sie auch in der klassischen Versorgung vorkommen würden. Wir haben hier zum Beispiel Perfusoren oder Infosomaten oder auch ein Beatmungsgerät, wie es auch in richtigen Intensivstationen stehen. Das Besondere am Pflegestudium an der Hochschule ist, dass den Studierenden deutlich mehr Wissen und mehr Kompetenzen, wie zum Beispiel in der Ausbildung, vermittelt werden. Es ist vor allem hilfreich, falls man später in der Praxis irgendwelche Prozesse durchleuchten möchte, Fehler auffinden möchte oder generell den Theorie-Praxistransfer aus der Wissenschaft in diese Versorgungspraxis durchführen möchte.